Lett, lat, laaaah! Warte! Jetzt treffst du dich! Was ist denn so, wie es heute ist, ich hab'n Kleiderbügel schon, Leute! So, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt kurz vor Kiel, ne? Da ist es ganz, ganz, wir sind in Kiel, eigentlich sind wir in Kiel. 2 Kilometer weg von Pausch, das Haus. 1,7 Kilometer! Ja! Ja, wenn man da so runter schaut. Ach ja, toll! Fähre ich nicht! Wichtig ist, dass Heilige Messe am Samstag und Sonntag 9 Uhr ist. Na, da werden wir noch Teil in der Van. Genau! War ein Gegenspieler, oder? Ja, nies ein bisschen. Doch, nee. Der Himmel weint, wenn wir kommen. Doch, weil du da bist. Hau ab! Also aufgegessen habe ich definitiv, das sieht man ja immer. Hi, wir wollen nicht ins Bild, da müssen wir überall so Beeps drüber machen. So, jetzt links. Jetzt sind wir echt gleich da, ne? Aber Kiel, also ich muss sagen, Hamburg und Kiel ist jetzt echt eine schöne Stadt, ne? Also echt schöne Städte. Soll ich mal hier hoch machen? Im Vergleich zu Bayern ist schon dezent was anderes. Du hast 130 Meter, wir müssen nur noch davor. Boah, wir müssen 100 Meter laufen, ey. Wow, das ist ja richtig krass. Das ist nicht für Stars. Das ist ja richtig, richtig krass. Muschel 22, faul. Ass fuck, Alter. Faul ass fuck. So ne kleine Schlöwe und so ne große Kamera. Krass. Das ist ja echt krass. Ich will schon, ich bin schon entspannt jetzt auf Direktion. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich frage, wer ist aufgeregt? Ich frage, wer ist auf Flausch und Pum oder Hirn? So misst die? Abschelde, ich glaub schon, Alter. Ich glaub, die sind echt da draußen, ne? Wurde ich recht vorne vorhin auch gesperrt. Hey, Silke, an die Eile ist dran. Ich glaub, das ist ja alles klar, der ist ja. Wir müssen also den allerweitesten entfernten Weg nehmen. Fass mich doch! Ich bin so dran! Oh! Vummi! Guck mal irgendwo! Oh, der allerweitesten... ... die endesten Weg sind... Das war's. Das ist unser Belohnungsstück bei mir jetzt. Brav hast du, brav hast du. Ganzer Brave. Wie war das, hat doch einer unter meinem Bild kommentiert, auf welchen Strich läufst du? Jetzt müsste ich eigentlich so ein Film aufgehen. Auf den hier, auf den hier. Das ist mein Strich, nicht deiner. Für die Gang. Oh nein! Für die Gang! Ich würde dir mal sagen, wenn es sein muss, weiß ich nicht. Wenn es sein muss, weiß ich nicht. Für die Gang. Für die Gang. Für die Gang. Ja. 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 Das war die Frau nicht so, ich mache mir so einen kleinen Movie-Fengen. So, ich sammle gerade Sachen für den Intro. Sie kann keinen Satz beenden, ernsthaft, ohne dabei zu lachen. Das ist ein super Intro. Das ist ein Beauty-Kanal. Hallo. Sei Beauty. Sei Beauty. Dino, sei Beauty. Beauty. Lässt du mein Fuß? Mit Sand. Egal. So mit dem Strand von Melancholie. Ich respektiere nur an dich, damit du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich, babe. Du weißt, ich liebe dich. WELCOME! WELCOME! Untertitelung des ZDF, 2020